Hallo, Herzlich Willkommen zu einer Runde Cybercrank. So, da ich ja gerade schon eine Runde Cliffswee aufgenommen habe und mit Spiegel, dachte nur, hau' ich auf den zweiten Cybercrank-Bee und neuer Spielestand. Geil! Seh ich doch! fountain C. Oh mein Gott, was bin ich hier. Also run das so schnell. Deshalb habe ich ja gerade wieder mit mir. Ich geh doch wieder mit mir weg und ich rufe meine Geräte und ich rufe mich weiter. Das ist okay, aber ich glaube nicht, ich rufe mich weiter. Ich rufe mich zu Hause. Jede Runde-Und, Halt da bin ich auch wieder. Oh mein Gott, ich rufe mich nicht, wenn ich auf meinen Boden schrecke, Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist doch so schön. Der ist doch so schön! Der ist jetzt nicht mehr losgegangen. Der ist doch nicht mehr losgegangen. Der ist doch so schlimm! Ja, ich muss doch mit ihm wegnehmen! Warum? Oh, das ist das? Ok, habe ich denn da schon recht? Ach, hier wird das Gespräch Ken Masuda und Diego Amires Ja klar Was ist hier irgendwas hier? Was hier was interessantes? Krass ist er wirklich Diese verdammten Impost ist hier so gut Ja klar Blut Für auch gut Deutsch gesagt Ach Gott, ey, wo ist das denn jetzt? Warum muss man das immer wieder ausführen? Kann das nicht mehr tragen Wenn das noch in meiner Meinung Indie funktioniert Dinge das läuft So, was ist das denn? Oh, ich krieg noch Yes Was weiß ich Ah, ich krieg doch kotzen, ey Ist doch nervig Ach, warte mal, komm doch mal weg Denk ich mal Oh, ups So, schauen wir mal, ist hier irgendetwas, was vielleicht von Belang wäre Oh Oh, da bin ich auch Gas bereitet Scan 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 bitte auch mal Hmm 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 Also, ich tippe weniger auf mein Laptop tatsächlich Wie mein Computer Weil Was für einen Sinn hätte das? Ich glaube, wir sind hier mit einem Tier. So, wow. Klasse, ey. So, ich kann es weiter. So. Uh. Was ist das mit den Kursiten hier? Was ist das? Was ist das mit den Kursiten? 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 Ey, sag mal, wo die Infos sind. Da ist irgendwas. Oh, oh, oh. Ah, du hilfst mir auch nicht. Was ist das mit den Kursiten? Ist das hier eventuell oder was? Natürlich. Ja, mein Licht. 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 Erzählt das da auch nicht. das. Ah, nee, das ist hinter da hinten dann. Da sind doch bin ich die sehrında. Ja, mein. Oh, oh, oh. Ich hab' nur so eine Art, wie ..." Oh, oh. So was? So will ich schon von Mo avenues? Ich bin Mist hier noch. Ich habe ein Mist hier noch, Leute! Oh nein, du bist duِndigst! Ich bin alle den Flick und ich bin alle drin. Dann... Oh, das muss ich vielleicht auch mal ausschreiben. Ne, das finde ich nicht. Ja, dann lassen wir das einfach. Dann machen wir jetzt was einfaches. Dann gehen wir einfach die NSPB-Sachen durch. Sollte dann doch hoffentlich einfach sein. Und was ich auch noch mal so... Sollte mehrmals machen, um Munition zu holen. Das ist ja besonders einfach. Man muss ewig andauernd große Munition holen. Ja, egal. Aber wir können wirklich wieder. Nein, ich mach ja wirklich nicht los. Also... Ich suche für die Anstrengungen. Hä? Hm? Okay, manchmal wäre es ein kleiner Biest. Ich... 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 Was ist das? Was ist das? Ich geh näher ran! Ich richte den Koffer! Geh ab! Gleiches Mal! Geh auf deinen In Unfall! Was ist das? Da ist nicht mehr so blöd! Das erste Mal angekommen! So jetzt muss ich erstmal Decken kommt! Ich hab noch ein Dämmerer in die Trennung, was wir schon hier in der Hälfte haben. Ah! Oh klar, das ist nicht von mir. Die ist wahnsinnig. Finger am Abzug weh. Schade ist das nicht so lange reich. Aber wie standen sie auch noch Stücke gesehen davon? Noch mal. Dann dürfen sie sich dran mit Dateslux. Gerade noch 4 Minuten kurz zu kommen. Damit die Grafik einiger krass in Ordnung ist. Und dann muss ich die aus der Xbox herunterladen. Damit ich sie anschließend über eine App die ich nutze. Aneinanderplatschen kann. Damit die Stimmung drunter hauen kann. Und ja. So. Und übrigens werde ich auch demnächst bei Minecraft noch Musik drunter packen. Weil. Der liebe Kugel-Druckmaster. Sagt, dass das für uns nicht so geil ist. Ey. Lass mal aufhören. Das tut weh. Bitte unterlassen sie dies. Dankeschön. Ich muss das noch mal weitergehen. Ich suche an, indem ich die Rückseite zu nehmen. Das ist so schön. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube. Einsam. Das ist so. Wenn zum nächsten Mal. Das mache ich nicht. Das war's. Oh mein Gott! Wow! Sooo... You're a mage! Hello? 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 Komisch! Ooh, so the parachute... fame! Yes, yes, hey! Ahh! Z signing up! proud Oh, oh, oh. Komm schon, du nervst mich, du komische Trudder. Gitter. Hallo. Hallo. Wie ist der Splitter, bla 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 bla. Gitter. Das ist schon mal ein bisschen, aber das wird da nicht noch schön machen. Das wird ja nicht. Oder? Ja. Ja, welcher mit dem? Was? Ach so, da war ich auch nicht. Abwechslung Das war's für heute. So. 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 ganz klar oh man, das ist ja noch nett das ist ja noch nett hallo so wie dem aussah ich würde sagen es war es dann jetzt mal mit dem part wir hören uns dann im nächsten video wieder ciao